So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Es hat leider nicht geklappt, das was ich vorhatte. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, ich bin da. Das ist super. Hat leider nicht funktioniert. Deswegen gehen wir jetzt hier weiter. Er steht ja immer noch da. Seyfiro! Es stand ja jetzt all die Jahre da. Das bringt meine Erinnerungen zurück. Oder kam wieder. Wieso? Machst du bei der Wiedervereinigung mit? Was? Ich weiß nicht mal, was eine Wiedervereinigung ist. Genova wird bei der Wiedervereinigung sein. Genova wird bei der Wiedervereinigung mitmachen. Es wird ein Unglück aus dem Himmel beschworen. Genova war ein Unglück aus dem Himmel. Meinst du, sie war eine Angehörige des alten Volkes? Ich glaube, du hast kein Recht mitzumachen. Ich gehe nach Norden an Mount Nibble vorbei. Wenn du es herausfinden willst, dann folge mir. Wiedervereinigung? Unglück aus dem Himmel? Ja, das sind ja hervorragende... Was schmeißt du da nach mir? Was war das denn? Was ist das? Zerstörung. Könnte uns das nützlich sein? Ich glaube nicht. Flüchtlingsbericht Nummer 4. Aufenthaltsort von B. Derzeit unbekannt. Wir empfehlen ihn nicht weiter zu verfolgen, da sein Bewusstsein nachlässt. Er erwartet... Erwarten weitere Anweisungen. Was? Was ist jetzt dieses? Zerstörung. Ja, das hört sich ganz gut an. Ähm... Wem geben wir das denn? Ähm... Harris vielleicht? Was hat eigentlich tiefer? Alle Nebenwirkungen... Und Schutzwerte. Allererstes... Da tiefer sowieso gerade nicht dabei ist. Was hat Red denn noch? Gift, Wiederbelebung... Wiederbelebung. Das kriegt Barret. Ähm... Wir sortieren gerade ein bisschen mehr. So. Wir nutzen... Äh... Probieren es einfach mal. Wo ist der nächste Speicher? Raus aus dem Land. Wir müssen eh wieder zurück. Da das nicht funktioniert hat, was wir gerne gehabt hätten. Weil in der Tür, die wir... Wo wir vorstanden das letzte Mal. Da ist etwas drin für uns. Ich hab ja nicht verraten, was. Aber dafür brauchen wir den Code vom Safe. Den hab ich zwar nachgeguckt und auch probiert, aber es klappt irgendwie nicht. Ach, du schon wieder. Mal gucken, was das ist. Das hat ja hervorragend funktioniert. Was ist das denn? Hä? Wollen wir mal ein paar Angriffen machen? Wir könnten ja auch mal rasten. Was ist das? Komm, wir rasten einfach mal später. Gleich. Wenn wir hier raus sind. Doof, dass das nicht funktioniert hat. Aber egal, was soll's. Nein? Hoch wollen wir. Hoch mit dir, Cloud. Ich hab die Falte-Taste gedrückt. Geh doch raus mit dir. Und noch einmal, weil's so schön war. Aber Cloud, was ist los mit dir? Lass das. Und wieder ein Angriff. Die schon wieder. Gegen die kam ich vorhin nicht an. Genau deswegen. Genau deswegen. Weil das alles nix nützt. Ah, okay. Ich brauch ungefähr 600. Das heißt, drei Hits. Nur müssen wir auf unser Leben aufpassen. Mal sind sie angreifbar, mal nicht. Das ist total merkwürdig. Ich weiß gerade nicht, ob das was nützte. Aber wir werden sie gleich sehen. Es nützte was. Gut. Scheiße. Ja, okay. Heilender Wind einmal für alle. Es muss es aber jetzt gewesen sein. Wir werden gleich so was von erst mal rasten draußen. Manu. Jetzt. Triff doch einfach. Endlich. Manches geht, manches nicht. Das ist total merkwürdig. Doch nur ab und zu. Juhu. Neue Level. Tränke müssen wir uns unbedingt noch wiederholen. So, das haben wir. Auf der anderen Seite gehen wir auch eben noch ganz schnell an die Küste. Jetzt nix hier raus, hier. Das ja leider Gottes nicht funktioniert hat. So, wir hätten gerne ein Zimmer. Das Geld ist mir egal. Hallo. Rede mit mir. Ja, ich möchte ein Zimmer. Ja, ja. Ist okay. Gute Nacht. Vielen Dank für Ihren Aufenthalt. Jetzt müsste es uns auch wieder gut gehen. Jetzt speichern wir nochmal. Und dann folgen wir Sephiroth. Ja, uns geht's gut. Die Einzige, die immer noch nicht so viel Leben hat, wie er drin ist, Eris. Wir sind mittlerweile Level 23. Juhu. Mal gucken, was jetzt kommt. Kann man auch mit Huni reden? Oh, so süß. So, gehen wir nach Mount Nibble. Hm. Ich hätte gerne meinen Wagen jetzt. Da? Ist das richtig so? Jetzt müssen wir wieder den Weg finden, oder was? Nee, nicht ganz. Was greift hier jetzt an? Hier schon wieder. Mit neuen Attacken, oder was? So, ich müsste noch ein Hit treffen, dann bist du, wenn ich mich nicht täusche, tot. Eris ist jetzt auch im Limit. Ja, ja. Mach mal heilender Wind. Nein, immer noch nicht. Mann. Barrett hat's noch gar nicht getroffen. Ich bin heute wieder etwas stiller. Ja, ich weiß. Oh, tschüss. Gut. Zweite Hitze. Okay. Barrett, du bist stark. Das ist gut. Ich hab so ne Angst vor dem, was jetzt kommen mag. Ich hab vergessen, mir Tränke zu holen. Oh, da ist noch ne Kiste. War da hoch? Das wäre natürlich angegriffen. Ja, klar. Was sind das denn für Grashippe? Klaut ist im Limit. Super. Und Klaut muss wieder dringend geheilt werden. klappt das? Klaut? Oder klappt das nicht? Nee. Okay, der ist platt. Flachlegen! Entschuldigung, aber der Name geht nicht. Tschüss! Pnoin! Reicht das? Nö, doch. Sehr gut. Ich bin heute wieder etwas stiller. Ich weiß. Die Lesung. Oh, und einen Hightrank haben wir. Super. Quatsch. Erhalt. Oh, es nimmt ihm aber viel weg. Nicht gut. Huhnenschwert. Können wir das für Cloud benutzen? Äh, nein. So. Huhu, wir testen das mal. Ob die Angrafe dann noch stärker sind? Wir werden es sehen. Ich meine, irgendwann sterben wir sowieso. Müssen wir da sein? Wie weit er Cloud? Auf der Hängebrücke. Ist ja super. Wieder ein Geist? Nein. Er ist muss auch immer nicht stärker werden. Aber der Angriff war stark. War es doch. Sahopen wir mal. Am Ksan. Vors servers. War es nicht auf. Unter. War es nicht. War es nicht. War es nicht. Was ist es so für. War es nicht. Ich muss mit Eris nix weg, das ist so super. Entschuldigung. Ich dachte, heute muss ich viel davor lesen hier. Aber irgendwie... ja nicht. Juhu, Eris ist jetzt auch ein Level höher. Gehen wir jetzt überhaupt nach Norden? Wieder ein Angriff. So kurz vor Ende der Brücke. Ich glaube, meine Schwester war gerade am Schreien oben. Die nimmt doch gerade auf. Ich habe mich so ein bisschen erschrocken gerade. Nein. Obwohl, warte, doch. Nein, das machen wir mit Schokomuck. Genau, so. Jetzt wird ein Schuh los. Tschüss. Ja. 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 Na komm. Geh weg. Na komm. Ich klaut das Limit noch und dann dürfte es reichen. Ja. Ich ... hin. Ich kann jetzt den Hidrat geben. N-Hidrat geben. Ja. Warte, wir ... dann können wir doch einen ... Barret benutzen, oder? Nein. Nee, stellt nur HP her. Verdammt. Geht nicht. Wir müssen eigentlich nochmal schlafen. Egal. Was gucken wir denn jetzt? Nein. Laut. Da unten ist ein Speicher. Wie kommen wir denn hin? Na, pfff. Ach, die Gasflöten passt schon wieder. Flachlegen, Entschuldigung, wir sind gleich tot. Flachlegen, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Seine Eingriffe sind jetzt auch stark. Das nützt nichts. Ne, muss ich doch. Das wird jetzt knapp. Schnell, Eris, mach einen heilenden Wind. So, das dürfte es jetzt gewesen sein. Warum kriegen wir so viele Heidtränke im Moment? Ich kann ja schon... Jetzt benutze diese... Was ist das da? Was ist das für ein Vieh? Okay, ich will speichern vorher. Danke. Müssten wir beigegen kämpfen? Das gefällt mir nicht. Ich wollte nicht auf 6 speichern. Verdammt. Verdammt. Wir gehen erst dran vorbei. Ich will wissen, was hier ist. Hä? 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 Wollen wir so an dem Vieh vorbei? Oben ist noch was. Sagen wir nicht gegen so ein Riesenvieh? Ich kenn... Hi! Dich kennen wir doch. Oh! Oh! Cuckoo! Oh oh! Scheiße! Ah! Eris! Warte, ich nehme dir ja so viel weg. Du willst mich doch farschen. Wir haben ja gerade ihn geheilt. Wir gehen ihn kombinieren. Das ist vergebene Liebesmüh. Wie viel frisst der denn? Jetzt sind wir tot. Oder noch nicht ganz. Aber bald. Dagegen können wir jetzt ankämpfen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar so gar nicht. Scheiß die Wand an. Stirb doch endlich. Jetzt sind wir tot. Wir sterben jetzt. Ich würde gerne heilen. Nützt nichts. Wir sterben. Scheiße. Malo.